herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei rettokhemmel ich spiele heute mal wieder mech arena und zwar den neuen wettbewerb und haben auch gleich rein viel spaß ok und die erste runde geht los morgen werde ich dann wieder free fire zocken so 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 Hm. Okay. Okay. Ah, Mensch. Die wollen nicht sterben. Oh! Incoming fire! Boom! Ha 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 ha! Killing spree! Jo, vier Kills. Immerhin. War es nicht mein Kill gerade? Kann doch nicht wahr sein. Das war doch mein fünfter Kill. Ich war zweiter. Ah, doch. Da bin ich. Fünfter Kill. Hä? Ich verstehe das nicht. Da stand fünfter, aber der zweite war... Da muss ich jetzt mal gucken. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, 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 nein. Das kann nicht wahr sein. Da, ich bin noch zweiter. Nein, hier steht... Äh? Es stand gerade am Ende Defeater. Ich habe verloren. Aber da steht jetzt, ich habe gewonnen. Nice. Okay. Dann war ich sogar schneller als das Spiel beendet war. Weiß. Super. Okay, gut. Dann sage ich mal, das gleiche in der zweiten Runde. Okay, und die zweite Runde geht los. Es ist jetzt kein Wettbewerb, weil ich hatte nur zwei Punkte dabei Wettbewerb. Und... Ja. Durch den Sieg habe ich jetzt beide Punkte gekriegt und kann keinen Wettbewerb mehr spielen. Deswegen spiele ich jetzt Control-Punkt. Ichaba zu Schuh anziehen. Weiß nicht mit vielen Dank. Ich habe sie stamped von Schuh immeule. Dafter geht das richtig. Okay. Ein Schild. Ein Schild. Oieieieiei, ich stehe weg hier. Ich mit meiner leichten Rüstung habe in Schaden bekommen nicht so viel Chance. Okay, das war knapp. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Okay, dann, der letzte war eine Rache, die Rache, das ist, okay, gut, dann würde ich mal sagen, die dritte Runde kommt gleich. Und wie viele Queste fertig, ich muss noch einen Kampf, sieben Kämpfe in Folge gewinnen, das wird hell, also es fehlt nur noch einer, ich habe schon sechs in Folge gewonnen, aber einer fehlt jetzt noch. Dann sage ich mal, bis gleich. Okay, und die dritte Runde geht los. Und wieder Kontrollpunkt einnehmen. Wir nehmen wieder den hier. Ich muss gewinnen, für den siebten Sieg in Folge. Ich bin auf der falschen Seite. Oh oh, ich verliere. MOLISKIN Okay Schneller, schneller, schneller. Oh. Ach nein. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, wenn ich rauskomme, werde ich anvisiert. Ja, du kannst mich abschießen. Du kannst mich nicht abschießen. Der siebte Sieg, jawohl. Ich bin zwar nicht der beste Mächt dabei, aber der siebte Sieg in Folge. Oh nice, 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 nice. Spannend. Ich schaue uns, was ändert. Oh, ich muss alle aufwerten. Ich brauche diese Dingenspunkte. Die Pilotenpunkte gibt es doch nicht. Oh. Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.